Hallo, Stefan Kölgen hier. Heute möchte ich euch ein paar Infos zu unserem jüngsten Neuheitenpaket für Juli-August 2024 geben. Spannend bleibt leider für uns die Festlegung der Neuheiten. Seit Monaten bleiben die Logistikwege sehr unstet mit oft unerwarteten Verzögerungen, von den Kostensteigerungen mal überhaupt abgesehen. Dadurch verschiebt sich die Auslieferung einiger Modelle immer wieder, wie ihr sicherlich bemerkt habt. Auch bei diesem Paket mussten wir sogar kurz nach Druckunterlagenschluss noch Veränderungen vornehmen, da einige Modelle plötzlich zu Wackelkandidaten wurden aufgrund erheblich verlängerte Transportzeiten. Wir hoffen, dass wir die nun angekündigten Modelle wie geplant im Regal bei eurem Fachhändler haben können. Dennoch danke schon mal für euer Verständnis und eure Geduld sollte etwas doch verspätet sein. Jetzt aber endlich zu den Harper Wings Neuheiten. Neben einer Airline, die erstmals überhaupt bei uns im Programm erscheint, dazu komme ich jedoch später noch, haben wir dieses Mal auch Gesellschaften, von denen wir lange nichts mehr in 1 zu 500 gebracht haben. Darunter die kanadische WestJet seit 2019 oder die Royal Air Maroc seit 2020. Beide halten nun endlich wieder Einzug ins Sortiment mit modernen Boeing 737 MAX. Just in time für den Sommer haben wir ein weiteres Strandtuch von Condor, diesmal im feurigen Passionsrot. Inzwischen ist die Bemalung kein Neuling mehr auf den Flughäfen. Ob es gefällt oder nicht, auffallend tun die Flugzeuge auf jeden Fall. Des Weiteren will eine Sonderlackierung von Eurowings für das Salzburger Land Österreichs Stimmung machen. Und nein, wir haben die Standardlackierung wirklich nicht vergessen. Den Wünschen unserer Airline-Partner müssen wir unseren Vorhaben auch gelegentlich aber anpassen. Bereits zur Spielwarenmesse haben wir einige erste Braniff-Modelle gezeigt. Nach der Vorstellung der ersten 727 in Rot im Mai-Juni-Paket folgt nun gleich eine zweite 727. Das sogenannte Neue Dunkelblau ist eigentlich gar nicht so dunkel, wie man ja auch auf der Abbildung erkennen kann. Das ursprünglich von Alexander Gerard, der Erfinder des revolutionären Auftritts von Braniff in den frühen 1960ern entworfene Solid Dark Blue, war wohl damals so dunkel, dass bei schlechtem Wetter das schwarze Braniff-Schriftzug nicht mehr zu sehen war. Also wurde recht zügig bereits 1967 Dark Blue durch ein etwas aufgehelltes, offiziell schlicht New Dark Blue genanntes Neues Dunkelblau ersetzt. Und auch Braniff ließ sich anstecken von dem Supersonic-Hype der 60er und 70er Jahre. Eine erste Bestellung der Concorde wurde zwar aufgrund der Ölkrise 1973 wieder storniert, die Idee nahm aber ein paar Jahre später dann doch noch wieder neue Fahrt auf. Nun schloss man sich mit den anderen beiden Concorde-Betreibern Air France und British Airways zusammen, um Flüge in die USA anzubieten. Pläne für eigene Concorde in eigener Bemalung wurden jedoch nie wirklich aufgegeben. Außer zahlreichen Modellen, Werbetafeln und Postkarten kam sie auch beim zweiten Anlauf jedoch nicht. Die für Braniff-Verhältnisse schlichte Lackierung macht sie jedoch ganz gut auf der nach wie vor futuristischen und edlen Concorde. Vor rund drei Monaten startete Qantas Link den Betrieb der A220. Eine der ersten beiden ausgelieferten Maschinen bringen wir schon einmal im jetzigen Neuheitenpaket in 1 zu 500 und auch in 1 zu 200 beides aus Metall. Und wem es vielleicht noch nicht aufgefallen ist, in 1 zu 200 haben wir kürzlich die Triebwerke und Tragflächen weiter verbessert. Und soviel lässt sich schon verraten, bei dieser ersten A220 von Qantas Link wird es wohl nicht bleiben. Nach ersten Exklusivproduktionen der Airbus A321neo und A330900neo für Starlux erweitern wir nun die Modellflotte der noch jungen Airline aus Taiwan um das Flaggschiff A350. Auf Wunsch der Airline weist das Modell ein paar zusätzliche Details in der Bedruckung auf und erhielt ein recht exklusives Verpackungsdesign. Turkish Airlines hat auf dieser A321neo eine neue Sonderlackierung bereits ja doch vor einiger Zeit vorgestellt. Das speziell gestaltete und aus Blättern bestehende Design wird zukünftig auf Flugzeugen verwendet, die nachhaltig erzeugtes Bio-Kerosin verwenden. Die TCJSU ist das erste Flugzeug dieser Art in der Flotte. Auch bei uns soll es nicht dabei bleiben. Nicht nur verhärbbar war 1949 ein wichtiges Jahr. Weltpolitisch ging ein erster Showdown im Kalten Krieg im selben Jahr zu Ende. Die Sowjetunion blockierte ab 1948 alle Zufahrten in die Westzone Berlins, woraufhin die Westmächte in einer unglaublichen Kraftanstrengung in kürzester Zeit eine Luftbrücke ins abgeschnittete West-Berlin aufbauten. Einer der Hauptakteure dabei war die Douglas DC-4 bzw. C-54. Weit mehr als 200 C-54 waren Tag und Nacht im Einsatz. Der letzte Flug der Luftbrücke startete von der Rhein-Main Airbase am 30. September 1949. Aus Anlass der Beendigung der Luftbrücke vor eben 75 Jahren erscheint dieser Rosinenbomber im Maßstab 1C-200 wie auch heute auf dem Gelände der ehemaligen Rhein-Main Airbase, dem heutigen Frankfurter Flughafen, ausgestellt ist. Eingangs erwähnte ich schon mal lange nicht mehr produzierte Modelle bzw. Airlines. Endlich erscheint auch wieder ein neuer Blackbird in 1C-200, gut fünf Jahre nach der letzten. Die in Südengland stationierte sogenannte Abordnung Nummer 4 wurde nach Ende des Kalten Krieges wieder abgezogen. Zum Abschied malte die Crew noch diese Dartscheibe auf das Leitwerk. Das inoffizielle Wappen der Detachment. Wer vielleicht nicht dem Dartfieber erlegen ist, kursiert ja doch so einiges im Fernsehen. Kurz zur Erklärung. Die Spitze des Pfeils zeigt auf die 2. Hier allerdings in dem schmalen Außenring, dem sogenannten Double Ring, in dem die Punkte doppelt gewertet werden, woraus sich wiederum die 4 der Einheit ableiten lässt. Ja, ich freue mich, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt und die Memos bis zum Ende bis hierher durchgehört habt. Hoffentlich ist das eine oder andere ersehnte Modell jetzt im Paket oder auch hoffentlich auch die eine oder andere Überraschung dabei. Wieder einmal vielen Dank und bis bald. Euer Stefan Kögen.